In diesem Video geht es um Pan. Ich erzähle dir alles über den Gott der Natur, der Wildnis und der Hirten mitsamt deren Herden. Pan ist eine Figur aus der griechischen Mythologie. Er war bekannt als der Gott der Natur, der Wildnis, der Hirten und ihrer Herden. Laut den Geschichten lebte Pan in den Wäldern und Bergen von Arkadien, einer Region im Zentrum des antiken Griechenlandes. Pan wird oft als eine Kreatur dargestellt, die halb Mensch und halb Ziege ist. Sein Oberkörper ist der eines Mannes, aber seine Beine und sein unterer Körper sind die einer Ziege. Manchmal wird er mit einem Bockbart und Hörnern auf dem Kopf gezeigt. Pan wird oft mit einer Flöte in der Hand abgebildet, die als Panflöte bekannt ist. Diese besondere Art von Flöte besteht aus mehreren Röhren unterschiedlicher Länge, die nebeneinander angeordnet sind. Pan spielte eine wichtige Rolle in der griechischen Mythologie. Er war bekannt dafür, die Hirten zu schützen und ihre Herden zu versorgen. Er war auch bekannt dafür, dass er die Wildnis und die Natur verehrte. Pan war immer bereit, die Tiere und Pflanzen zu schützen und zu bewahren. Die Panflöte ist ein wichtiges Symbol für Pan. Es gibt eine Geschichte, in der Pan ein Mädchen namens Syrings verfolgte, die sich in Schilf verwandelte, um ihm zu entkommen. Aus diesem Schilf soll Pan dann seine berühmte Flöte gemacht haben. Die Panflöte wurde zu einem Symbol für Musik und Melodie in der Natur. Pan ist auch bekannt für seine Beziehungen zu den Nymphen, weiblichen Geistern der Natur in der griechischen Mythologie. Diese Nymphen waren oft Gegenstand von Pans Begehren und Streichen. Viele Geschichten erzählen von Pans Versuchen, die Nymphen zu beeindrucken oder zu erschrecken. Ein weiterer interessanter Aspekt von Pan ist seine Verbindung zur Panik. Es wird angenommen, dass das Wort Panik von Pan kommt. Die Geschichte besagt, dass, wenn Pan wütend war, er einen schrecklichen Lärm machte, der Angst und Schrecken bei Menschen und Tieren verursachte. Diese plötzliche, unerklärliche Angst wurde als Panik bezeichnet. Pan. Pan hat auch Einfluss auf die moderne Kultur. Sein Bild und seine Geschichten sind in Büchern, Filmen und Musik zu finden. Die Figur von Pan symbolisiert oft die Natur und ihre Geheimnisse. Auch in der Musik hat die Panflöte ihre Bedeutung behalten und wird in vielen verschiedenen Kulturen und Musikstilen verwendet. Das ist ein Film. Ich bin entstanden, wo wir mit der Überzeugung wiederkennen oder zu einschalten verwendet. Noch mehr eine Lichter, die ich in der Musik mit dem Spiel in der Musik aus.